Zu den schlechten Eigenschaften der Deutschen gehört es ja leider auch, Dinge sehr schnell schlecht zu reden, das Haar in der Suppe zu suchen und überhaupt irgendwie Dinge sehr schnell in ein schlechtes Licht zu rücken. Das ist leider so und es gilt auch für die hiesigen Medien. Das ZDF-Magazin Frontal hat am 16. März eine Doku-Spezialausgabe gebracht. Da ging es um das im Bau befindliche Tesla-Werk in Brandenburg. Man kann so sagen, Deutschland hat hier wirklich einen großen Fisch an Land gezogen. Ich meine, ab Sommer sollen ja in diesem Werk jährlich 500.000 Elektroautos produziert werden und dass Elon Musk dieses Werk eben in Deutschland errichten lässt, ist eine tolle Sache. Andere europäische Länder hätten das gerne auch bei sich gehabt. Er hat sich aber bewusst Deutschland ausgesucht. Aber bei Frontal kann man sich darüber überhaupt nicht freuen und zeigt stattdessen eine Doku, die wirklich alles schlecht redet. Musks Elektroautowerk entsteht in einem Trinkwasserschutzgebiet. Aus dem Grundwasser unterhalb der zukünftigen Gigafactory wird das Trinkwasser für die Bevölkerung gewonnen. Das bereitet André Bähler Sorgen. Denn er ist dafür verantwortlich, dass 170.000 Menschen auch mit diesem Wasser versorgt werden. Das Werk steht in einem Trinkwasserschutzgebiet. Dieses Schutzgebiet hat uns sehr lange Kraft gekostet, festgesetzt zu bekommen. Wir waren froh darüber und jetzt wird ein Werk auf dieses Trinkwasserschutzgebiet gebaut, von dem wir nicht genau wissen, ob man wirklich verantwortungsvoll dort damit umgeht mit dem Thema. Innerhalb weniger Wochen sind 92 Hektar Wald weg. In der Region haben viele Menschen Angst um ihren Wald und um ihr Wasser. Und die Fabrik soll weiter wachsen. Dann bräuchte Tesla noch mehr Wasser. Bis zu 3,6 Millionen Kubikmeter im Jahr. Das wären rund 30 Prozent des jetzigen Wasservolumens in der Region. Auf Twitter hatte Elon Musk beschwichtigt. Ich glaube, wir müssen ein paar Sachen klarstellen. Tesla wird nicht jeden Tag so viel Wasser brauchen. Ja, da ist jetzt viel dazu zu sagen. Es gibt viele Kleinigkeiten in der Doku, die nicht ganz sauber sind. Aber es ist eben auch generell die Attitüde, die da mitschwingt. Also, dass wirklich überhaupt nichts Positives irgendwie gesagt wird. Geht schon mal los mit diesem Tweet, den wir da gerade gesehen haben, der ja von der Frontalredaktion auf Deutsch übersetzt wurde. Der war im Original noch ein bisschen länger. Elon Musk hat nämlich noch weiter in dem Tweet erklärt, dass das ja ein theoretischer Spitzenwert sei, der an einzelnen Tagen möglicherweise mal erreicht werde bei dem Wasserverbrauch. Das gilt also nicht für jeden Tag. Und er hat noch weiter erklärt, dass das Waldgebiet, in dem dieses Werk errichtet wird, sowieso kein natürlicher Wald ist. Dieser Wald ist auch einst künstlich angelegt worden. Das ist nur eine Kleinigkeit. Aber das hat man in diesem Bericht zum Beispiel einfach weggelassen, was ja auch vielleicht Gründe hat. Naja, jedenfalls war es so, dass diese Dokumentation auch irgendwann zu Elon Musk selber offenbar gelangt ist. Er hat Informationen darüber bekommen, dass im deutschen Fernsehen so etwas gezeigt wurde. Und er hat dann schließlich getwittert, wow, shame on ZDF-Info. Gut, da war er jetzt falsch informiert, denn die Doku lief ja sogar im ZDF-Hauptabendprogramm nicht auf ZDF-Info. Er kennt sich halt im deutschen Fernsehen nicht so aus. Das muss man ihm dann auch nachsehen. Also Tesla schreibt sich ja selber auf die Fahnen, ein umweltfreundliches, nachhaltiges Unternehmen zu sein. Das ganze Werkdach in Brandenburg zum Beispiel ist mit Solarzellen ausgestattet. Es gibt nicht einen einzigen rauchenden Schornstein in diesem Werk. Und solche Dinge werden halt in der Dokumentation überhaupt nicht erwähnt. Und es gibt auch einige schlaue Menschen auf Twitter und auf YouTube, die schon sehr viele Einzelheiten dann nachrecherchiert haben. Es wurde zum Beispiel geguckt, wie ist das eigentlich mit VW in Wolfsburg? Wie viel Wasser wird dort eigentlich im Jahr so verbraucht? Und es stellt sich heraus, der Wasserverbrauch bei VW ist noch deutlich höher als in diesem geplanten Werk jetzt von Tesla. Und trotzdem muss in der Region Wolfsburg niemand verdursten. Das ist ja völliger Unfug im Grunde genommen. Ja, dann wird noch behauptet, Tesla würde Leute schlecht bezahlen. Da wurde auch gesagt, das ist Quatsch. Also das Einstiegsgehalt für jemanden, der ungelernt ist, also kein Facharbeiter, liegt bei brutto 2700 Euro. Das ist ja jetzt nicht so schlecht, möchte ich mal so sagen. Ja, und dann werden in der Doku auch noch ehemalige Mitarbeiter von Tesla interviewt. Zum Beispiel ist da eine Frau, die behauptet also, sie hätte auf einen Fehler bei einer Fußmatte in so einem Elektroauto hingewiesen und sie sei kurz darauf dann von Tesla gefeuert worden. Und deswegen muss man da auch vielleicht ein Fragezeichen dahinter setzen. Es kommt einem eher wie eine Räubepistole vor. Warum sollte die Frau gefeuert werden, wenn sie auf einen wichtigen Fehler hinweist? Das ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar. Und dann gibt es noch ein weiteres Interview mit einem ehemaligen Mitarbeiter, der Sitze in die Autos eingebaut hat und sich dadurch schwere Schulterschäden zuzog. Wissen Sie, wir hatten alle die Hondas und die Camaros und wir liebten es zu basteln. Elon war ein Held für uns. Er machte aus diesen Autos einfach Elektrofahrzeuge. Du benutzt einen Arm, um einen 30 Kilo Sitz reinzustemmen. Dann drehst du ihn, gehst runter. Wenn du das ein-, zweimal am Tag machst, ist das nicht schlimm. Aber du machst das hundert-, zweihundertmal am Tag. Und dann reden wir bei mir von Bänder und Knorpelrissen und sowas. Vier Operationen habe er wegen der Verletzungen hinter sich. Er zeigt uns die Narben. Sie mussten meine zerrissene Rotatorenmanschette abschneiden, also die Bänder. Sie mussten alle kaputten Sehnen abschneiden und dann wieder strecken und in meine Schulter bohren und den Muskel wieder draufsetzen. So, die Geschichte mag vielleicht sogar stimmen, das will ich gar nicht bestreiten, aber es handelt sich ja offenbar um Arbeitsbedingungen aus einer Zeit, als Tesla noch ein relativ kleines Unternehmen war. Die gibt es ja nicht erst seit gestern. Denn es ist seit Jahren schon so, und das kann man auch in Dokumentationen sehen, die in Fabriken von Tesla gedreht wurden, dass die Sitze der Autos längst von Roboterarmen eingesetzt werden. Das machen schon seit Jahren gar keine Menschen mehr. Und natürlich wird das auch so in diesem Brandenburger Werk sein. Die Frontalreportage tut aber jetzt so, zumindest suggeriert sie das, als wenn auch in Brandenburg solche schlechten Arbeitsbedingungen dann herrschen werden. Und, naja, ich sag mal, das ist ein Punkt, den ich dann auch recht unfair finde, weil hier werden also Dinge suggeriert, die mit der Realität gar nichts zu tun haben. Ich will hier auch nichts schöner reden, als es ist. Sicherlich gibt es da auch Kritikpunkte. Also Elon Musk zum Beispiel tut alles, um die IG Metall aus dem Werk rauszuhalten. Liegt halt daran, es ist ein amerikanischer Konzern. Und da gibt es halt andere, ein anderes Bild von Gewerkschaften, als es hier in Deutschland der Fall ist. Da wird es mit Sicherheit aber irgendeine Lösung geben müssen, weil natürlich muss er sich auch an deutsche Gesetze halten. Und da hat natürlich die IG Metall als Gewerkschaft auch schon von Gesetzes wegen her das Recht, auch da Einfluss zu nehmen. Aber wie gesagt, hier wird ein großes Stück Zukunftstechnologie mitten in Deutschland gebaut. Ich meine, er hätte ja auch genauso gut in die Ukraine oder nach irgendwo nach Bulgarien oder sonst wo gehen können mit seinem Werk. Er ist aber bewusst nach Deutschland gekommen. Und ich muss sagen, ich finde es einfach merkwürdig, zu versuchen, das alles irgendwie so schlecht zu reden. Also noch nicht mal den Versuch zu Unternehmen ist einigermaßen ausgewogen zu gestalten. Naja, aber dann wäre es wahrscheinlich nicht so quotenmäßig interessant und dann wäre es quasi nicht so pseudoskandalös, wenn man es jetzt seriöser gemacht hätte. Aber wir reden hier von einem öffentlich-rechtlichen Sender. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die Mediathege bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren. Jetzt 14 Tage kostenlos testen.